Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Hallo Leute, ja ihr fragt euch jetzt bestimmt Kochvideo oder sitzt draußen was geht da? Ja die Anmoderation wollte ich einfach draußen machen weil das Wetter so verdammt geil ist und ja deshalb setze ich jetzt draußen. Ich laube jetzt auch nicht lange rum sondern starte gleich mit dem Video. Nachdem wir die Rippchen in das Rohr gegeben haben, beginnen wir damit sämtliches Gemüse und die Champignons klein zu schneiden. Musik 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 Nun geben wir das Gemüse in eine Pfanne mit Fett. Wir starten damit, dass wir das Gemüse mit Sojasauce Musik Musik Salz Musik Musik Pfeffer Musik Und Curry zum Schluss würzen. Musik Musik Um ein bisschen Feuchtigkeit rein zu bekommen geben wir jetzt ein bisschen Joghurt dazu. Und voila, fertig ist eine perfekte Low Carb Beilage. Musik Nun müssen wir das Ganze nur noch aufschneiden. Musik Musik Und Gemüse dazu geben und schon kann es losgehen mit dem Essen. Musik 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 So, ihr seht wie schnell das Ganze geht. Und im Endeffekt ist es echt nicht viel Aufwand. Man kann geile Gerichte Low Carb machen. Ja, das war es dann für heute. Hey, hey und willkommen auf meiner Endkarte. Es wäre cool wenn ihr mich abonniert und meinen Social Media Seiten folgt. Hier auf der linken Seite zu finden. Ich bin hier mit raus. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Musik Nein Nein Ich habe